Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiele und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate Enhanced Edition. Aber wir sind jetzt mittlerweile in Siege of Dragonspear angekommen und ich starte aus dem Hauptmenü hier raus, einfach um eine Klärigkeit zu zeigen, weil wenn ich hier auf Einzelspieler gehe und Spielladen gehe, dann sind wir hier, haben wir hier unsere Speicherstände vom Hauptspiel, aber nicht die neuen Speicherstände von Dragonspear. Dafür müssen wir erst hier wohl auf Dragonspear wechseln. Und ja, das kennen wir schon gut. Ich dachte, es wäre was anderes, aber nein. So, jetzt sind wir in Siege of Dragonspear. Also nochmal Hiho und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Baldur's Gate Siege of Dragonspear. Geht's mal richtig? Ähm, ja. Und jetzt haben wir auch unsere Saves hier von Dragonspear wieder. Wir können den letzten Laden. So. Wir waren... ...in der zweiten Ebene dieser tollen Krypta angekommen. Und du bist wie Konia, nichts abhaben, ne? Und ja, ein bisschen ungewohnt, dass die jetzt alle Englisch sprechen. Nicht, dass ich was dagegen habe. Wie ihr wünscht. Während ich gleichzeitig Deutsch spreche. Sweetheart? Ja? Das ist echt was, was ich nicht ganz kapiere. Ich meine, sie haben Nera eine deutsche Stimme im, äh, Hauptspiel gegeben. Die And... und auch Dawn. Wie direkt. Mit dem Patron, ich spüre seinen Ruf. Ich muss schnell aufbrechen und sehen, was für Aufgaben er für mich hat. Also ja, alle reden darüber, dass sie mich bald verlassen wollen. Also ja, ich finde das arg komisch, ein bisschen gerade. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Weil Kegain ist deutsch. Die anderen vier sind englisch. Und ich bin aber auch noch meine deutsche Stimme. Was wahrscheinlich daher rührt, dass... ...die vier hier noch in Dragonspear weiter vorkommen, während Kegain, äh, uns endgültig verlassen wird. Nehme ich mal an. Oh, Knochenkopf. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kegner. Ja, gebe ich dir, Nera. Du hast doch keinen Feuerball mehr. Hm? Fair enough. Oh, Schatten. Schattenhafte Seele. Oh, neue Animation. Oh. Nehme ich mal. Ja, hab ich mich noch mal weg. Ja. so der geist ist weg die haben nichts besonderes das war ein heiz zauber auf dieser verblassen und verfärbten wald gemälde umgeben blutigen tränen einen schädel ja das ist bald symbol sondern rasten wir mal kurz hier die reißer drehen wie schon immer machen wollte und schicken wir mal safana weiter nicht gut hallo falle wie kann ihr braucht nur zu fragen you want me your actions are as ill judged as they are incomprehensible ruten sind genauso unbedacht wie unverständlich weil ich wahrscheinlich immer noch einen ruf ziemlich guten ruf habe oder was für ein skript habe ich eigentlich achso ja auch ruf 15 ja wo wie ihr wünscht ja ihr braucht nur zu fragen hoch eine schutzformel die ich erst identifizieren muss aber gegen gift handlungsfreiheit geschichte von ted hier für ihre und gerechtigkeit wendet was im leben deren ihr lebt kelas kreuzung marschiert im norden wollt ihr euch anschließen bewaffnet euch und macht euch auf den weg um eure klinge auf seiten der gerechtigkeit zu erheben sucht einen rekrutieroffizier und sichert euch ruhm also ja das ist der kreuzzug von dem wir gehört haben sweetheart right ach wie niedlich jeder dungeon muss seine laberbrücke haben nur zu fragen hm whatever you like hallo zombies ja nein ja ich habe wieder einen feuerball in kürt 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 Mein Geld ist übrigens noch da, was ich gut finde. Okay, noch mehr Zombies und düster Schrecken. Mann, Mann. Jetzt können wir mal kurz zurückgehen, weil uns sind ja die Leute hier gefolgt. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Oh, jetzt sind sie hier lang gegangen. Oh, ne Falle. Die Vollschaden hier müssen verschaubert sein. Die verschiedenen Farben von allen diesen Toastler und Orten das Charakter. Ja, wie läuft's? Die Wache, mit der ich gesprochen habe, im Winter entschwert, welches bereits weg sei. Ich sah eine Notiz auf Herzogin Janathas Schreibtisch. Sie ist auf den Boden gefallen und ich habe sie nur aufgehoben. Ich schwöre es, darauf stand, dass jemand in den Palast eingebrochen ist und Sarivoks Schwert gestohlen hat. Könnte es das sein? Das könnte erklären, warum die Wache dachte, dass ich es auf das Schwert abgesehen habe. Als ich es das letzte Mal sah, befand es sich in der Hand meines Halbbruders. Ich weiß nicht, warum Corlaz das Schwert haben wollen würde, doch wenn es weg ist, muss sie es jemand anderem gegeben haben. Vielleicht finden wir in ihren Gemächern irgendwelche Aufzeichnungen oder Chroniken, die uns mehr verraten. Das sollte ich mir genauer ansehen. Ich will einfach nur die Mission abschließen und diesen Ort verlassen. Das sollte ich mir genauer ansehen. Wir sind hinter euch und halten euch den Rücken frei. Was erzählen wir uns so zu sagen? Heya, wie läuft's? Was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? Die Feuerscheinen sind merkwürdig. Sie sind ganz offensichtlich verzaubert. Ich frage mich, warum sie verschiedene Farben haben. Hm, vielleicht finden wir unterwegs heraus, wofür sie gut sind. Ich habe andere Fragen. Sicher, warum geht das? Was habt ihr in den letzten Wochen getrieben? Es ist so merkwürdig, jetzt diese neuen Arcane Kräfte zu haben. Auf Kerzenburg hätte ich mir niemals vorstellen können, irgendwann mal ein Zauberschlingenwerfer wie Gorion zu werden. Das Leben hat uns natürlich an unerwartete Orte verschlagen. Euch wohl noch mehr als mich. Ich hoffe, ihr seid eine bessere Magier als die. Hey, die ganzen staubigen Gräber haben euch aber ganz schön die Baune vermisst, was? Geben wir weiter. Wartet, ich möchte wirklich wissen, was euch dazu bewogen hat, Magie zu studieren. Es scheint praktisch. Nach all den merkwürdigen Orten, die wir besucht haben, dachte ich mir, dass es helfen könnte, wenn ich ein paar Zaubersprüche beherrschen und mit den magischen Dingen umgehen könnte, die wir hin und wieder fanden. Dann, naja, hat sie mir gefallen. Magie. Ich mag es, mich beim Lernen von Zaubersprüchen daran zu erinnern, wie Gorion während unserer Kerzenburg-Tage dasselbe tat. Ich weiß, ich vermisse ihn auch. Es ist gut zu wissen, dass er immer noch Einfluss auf unser Leben hat. Nee, das sagt so ein neutral, böser Bade leider nicht. Ihr habt euch und Gorions Meinung immer viel zu viele Gedanken gemacht. Was vorbei ist, ist vorbei. Manchmal seid ihr ein richtiger Grießkram. Wir können später weiterreden. Jetzt sollten wir erstmal weitergehen. Ja, was auch immer du möchtest. Ja, ich werde mich im Handumdrehen, darum zu machen. Okay, noch mehr düster Schrecken. Möge der Morgenfürstung über euch wachen, mein Herr. Wie kann ich euch dienen? Habt ihr ein Rat für die Kampf gegen Untote? Niederodote sind keine Tonne ohne Verstand, die blinden den Befehl ihres Meisters gehorchen. Kalte Magie und Gift können ihr nichts anhaben, doch Feuerzahmer funktionieren in der Regel sehr gut. Es gibt drei Hauptarten von Untoten. Skelett, Leicht und Geisterartige. Über welche Kategorie soll ich euch mehr erzählen? Skelettartige. Skelettartige Untote gibt es häufiger als die lebenden Liebes. Sie sind gefährlich, aber aufgrund ihrer physischen Erhöhungsschaft etwas leichter zu handhaben als andere Untote. Geisterartige